Du willst mich hier allein lassen? Keine Sorge, ich bin bald zurück. Tata! Sie sind hier. Tata, Süße! Wo steckst du? Wie kommen Sie hier rein? Sie haben hier nichts zu suchen! Bleiben Sie stehen! Was hat er plötzlich? 32 Sekunden. Wer sind Sie? Ich bin Louis. Und gesund. Ich bin mit meiner Frau hier. Hey Mimi! Ihre Frau ist infiziert. Wolltest du Tata aufgeben, wenn sie krank wäre? Wann habe ich Ihren Namen erwähnt? Wo ist sie? Ich helfe dir. Aber zuerst musst du mir helfen. Wohin jetzt? Auf die andere Seite. 30. 31. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 31. 30. 30. 33.